einen wunderschönen guten tag meine lieben freunde zu einem weiteren the forest informationsvideo in diesem informationsvideo geht es noch einmal um das playstation 4 release für the forest endlich ist es bekannt gegeben worden und wenn ihr nichts verpassen wollt bleibt einfach dran um nicht zu verpassen und alle neuen informationen zum release zu bekommen wie ihr hier im hintergrund sehen könnt lasse ich jetzt einfach mal den kompletten post scrolle ich durch und ihr seht the forest wird am 6 november 2018 endlich für alle leute auf ps4 released und spielbar sein außerdem findet ihr dann auch jede menge nachrichten und text zu dem ganzen spiel wie es spielbar sein soll welche sachen es alles gibt welchen modus es gibt dass es ein multiplayer und single player gibt dass ihr die welt erkunden könnt hat eigentlich das spiel noch mal erklärt und ganz unten bei dem beitrag findet ihr noch ein post wo steht dass quasi am 6 november das spiel release wird und am wochenende bei der pax west das ist eine convention einfach eine gaming convention sowie einfach andere sachen dafür auch und da könnt ihr es quasi schon anzocken und es antesten und ja alle anderen müssen jetzt noch bis zum 6 november warten und dann geht's endlich los wenn euch dieses video gefallen hat oder auch einfach nur informiert würde ich mich natürlich über ein däumchen nach oben und einen kommentar von euch in den kommentaren freuen ja und ansonsten würde ich mich freuen wenn ihr diesen kanal ja abonniert um nichts mehr zu verpassen und vielleicht sehen wir uns ja dann auch im nächsten video macht es gut meine lieben freunde haut rein peace out you you